Ups Wohl geh Was macht die Katze da? Biki, ist das wenigstens deine Katze? Ja Was hast du bei ihr gemacht, dass sie so kommt? Er hat sich gefreut Achso Über die Kamera? Ne, ich hab ihm am Genick gezogen Oder im Nacken, im Genick, hört sich so gemein an Abarschgefühlt Schöne Koffer, jetzt habe ich schon besprochen Ich würde gerade sagen, was uns Raunens macht und den Fronengang fortsetzen Ugi macht das ganz Windschattenmäßig bei dir Bei die Elfkappaden Ja, logisch Weißt ja, jeder Widerstand ist Widerstand Nicht so schnell Warum nicht Wir sind nicht Bord Widerstand ist, äh Was war das? Volt Minus Ach, scheiße, völlig über Don't roll, wie du stellst nicht mich nicht an Dann müssen wir links, ne? Links, ja Ja, ich mach das hier grad Guck dir das mal an Was macht die da? Warum hast du mich jetzt da so angestupft? Tana, jetzt steckig Mach die Dipsperre an Es steckig Es steckig Die größte Freude des Mannes Kann er entstecken Ich hab'n Stein Der hat mich auch gerade aufgebrochen Ich guck dir das mal an Er steckt fest und er hat ihn ausgemacht Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Ich hab'n Das ist ungefähr so, wenn man in so'ne So'ne Hundeklatte mit dem Arsch Mit dem Arsch nur noch rauskommt, ne? Ja Dann müssen wir erstmal von allen Penetrierten vorbeikommen Ruki, ich glaub wir können Ruki, ich glaub wir können Ruki, wir können Ruki, wir können Gib Gas Gib Gas, der penetriert mich Der penetriert mich Wie Tractor Pulling hier Das ist Dropping Ich hab' noch'n Azzard-Reifen Scheiße Fahr den Schütz jetzt endlich ein Das ist 4,40 Stunden Ah Der winkt mir die ganze Zeit In den Dingern Oh Mann ey Oh, ich Fahrschlag, wie die geht Die Kahn, die rollen aber auch Nix cooles, ne? Die Kahn, die rollen aber auch Oh Mann ey Oh Mann ey Das ist gut Das ist gut Ist das schon wieder behindert hier, ey? Vom Rechtsverkehr hast du auch noch nichts gehört, ne? Wir fahren die Fernseher nicht mit von 1 A Naja Wieso denn? Wenn wir an der Mitte orientieren Weißt du, was noch viel besser ist? Knappe 20 Prozent Von mehr als das Äh, gar nicht Was kommt jetzt? Oh Gott Der Kraner sieht sowieso schwul aus mit seinen zwei Leuchten Sieht aus wie so'n Alien So Geht ganz gut Ne, ich mach jetzt NW NW Ne, scheißegal Es geht schief, ich weiß es jetzt schon Oh Müssen wir hier links rein? Oh Oh Oh, oh, oh Ich muss jetzt mal durch Das wäre jetzt mal ein Vorteil Da oben sind Strommasten Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö einfach ich fahre nur noch auf Schienen Uri, rechts von dir Steine Können wir auch gerne alle überholen Ich bin im Nachtgang Weiß ich gar nicht ob ich das schaff Ich hab Gangmark gewechselt Hier geht ein Kran hängen Abne, jetzt wink ihm nochmal mit deinem Lärmchen Deine Ausleger ist die vorne Ich war doch auf den ersten Ast oder Brückenkopf wo du voll drin hängen bleibst Er ist gerade eben schon an den Strommasten hängen geblieben Hast du kein Gas gegeben oder? Ne, ich wäre fast umgekippt Tja, fahr doch mal Einleger-Ausleger Das ist so uncool Ah, erhebende Probleme Wichtig ist auch immer voll auf dem Gas bleiben wenn man Gang wechselt Ne, dann krieg ich Schaden Weiß ja, ne, Zwischengas Wegen, äh, mit Kupplung und so Du kannst auch nicht wie ne alte Oma schalten Oh, jetzt war der Rückwärtsgang dran Ja, wir sind gleich da Komm mir vor wie hier so Die Gold-Klebet-Vereinigung von Alaska Irgendwo, nirgendwo Männeranlage Wald Ohi, du fährst schon wieder da lang Ja Der Pi ist da gerade lang gefahren Der hat sich doch schon eingegraben Hab ich gar nicht Hab er nicht zu weit vor zu rücken Ich häng fest Ich habe hier noch gar nichts eingegraben Hast du mit mir eigentlich? Hm Nö, hat sich nicht wirklich eingegraben Außer da wo ich ihn dann ausgezogen hab Ich bin weg bis über die Türen Also, bis über die Türen, aber ja Und da hast du natürlich weg So, warte, Hacker Jo Ich nehm die Steinpassage Warum? Weil ich kann Warte, ich muss die Fockenschribbelmodus wieder raus ins Wir gehen easy as fuck, oder was? Was macht ihr denn da? Ja, ich komm's Warte 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 Warte, hör auf Die hat sich mal wieder in so'n Idioten festgefahren Wer war dat denn? Na, ich nicht Muss selber sein, wer jetzt war langsüchtig, glaub ich Warte 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 Was ist denn hier mit Abladen? Wo kommt die Anzeige? Ja, genau Zack Fette hier sein Äh Böh Ich bin Einmal deine Stimmelarme rein Und jetzt wird das Link ranfängst Toll scheiße Wo müssen wir jetzt hin? Warten bis die beiden Der muss ja weg da hier, ne? Alter, Dein Maul. Die haben Vögel. Ich meine, nur Vögel. Oh Gott. Oh, was ist das? Hä? Da ist es richtig gut, mein Voli über links. Ich habe mich ganz gekonnt aufgebockt. Guck mal, ich habe jetzt einfach nur einen Gang drin und Kupplung gelöst. Oh, er kommt. Wollte gerade sagen, mein Küssel wäre mir. Läuft ja immer nachher. Wollen wir einen Rückwärtskern rein? Ich habe ihn jetzt einfach drehen lassen im Rückwärtsgang. Äh, was ja irgendwann kippt er an. So. Okay, ist hier alles fertig? Ja. Aber jetzt wechseln wir die Map oder was? Ja. Wollte gerade sagen, was war das denn gerade für ein spritziger Furt? 내가 talked about it. Vielen Dank.